Ja, sagen wir mal, drei sind wir bewilligt geworden, aber die drei ist von der Rest nicht. Hallo. Okay. Ich bin schon bis zum Krieg. Danke Salzburg! Ich habe mir auch noch etwas komisches genommen angeschlagen. Ich will auch gar nicht mehr großartig was sagen. Es sind ein paar Herrschaften, die ich... Ich bin bereit erklärt haben, was zu sagen. Ich gebe einmal das Mikrofon weiter an den Michi und dann reichen wir es weiter. Ja, hallo Salzburg! Danke, dass ihr heute alle wieder hier wart und dass ihr kommt. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Dass wir uns nicht unsere Grundrechte nehmen lassen, unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung und vor allem unsere Gesundheit. Ja, und wie gesagt, bitte kommt auch wieder am nächsten Sonntag. Alle wieder bringt jemanden mit. Wir werden jetzt auch schauen, dass wir das vielleicht auch zweimal die Woche machen, weil nur Sonntag ist zu wenig. Und ich bedanke mich auch bei den Tirolern, ich glaube, die sind nicht mehr hier, die heute wieder hier waren. Dann können die Tiroler! Und bitte vernetzt euch, haltet zusammen, denkt positiv. Wir werden diesen Kampf, leider muss man sagen, es ist ein Kampf gegen diese Regierung gewinnen. Wir werden unsere Gesundheit bewahren, das ist ganz wichtig. Und vor allem, wir kämpfen für die Zukunft und die Gesundheit unserer Kinder. Okay, und ich habe jetzt gerade eine Meldung bekommen. Morgen bitte ist Berchtesgaden, eine Demo, 18 Uhr, Bahnhoftreffung. Wer Zeit hat, ja, der kann dort hinschauen. Und ich habe jetzt noch eine Dame, die auch noch etwas zu sagen hat. Ah, jetzt kommen die Tiroler gerade. Applaus für die Tiroler! Applaus für die Tiroler! Applaus für die Tiroler! Danke, unsere Tiroler, die heute wieder hier sind. Danke, danke, seid super! Das sind die Freiheitscamper, die wir brauchen! Und jetzt noch bitte, es wird eine rote Micky-Mostasche vermisst. Falls die jemand gefunden hat, bitte hier abgehen. Danke, danke!